Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Flugrostentferner löst aggressive Flugrostrückstände sowie Industriestaub von allen Lack- und lackierten Kunststoffoberflächen. Besonders im Bereich der Räder, Kotflügel und Stoßstangen kann es zu punktförmiger bis flächiger Korrosionsbildung durch sehr kleine Metallteilchen wie Eisenbahnstaub, Industrieniederschlag und Schleiffunken kommen. Den Flugrostentferner aufsprühen und dann einwirken lassen. Nach wenigen Minuten mit klarem Wasser nachspülen. Der Flugrostentferner ist besonders schonend und materialverträglich durch seine pH-neutrale Wirkformel. Der Sonax Pflegeratgeber